Auch wenn Du einen gesunden Lebensstil führst, kann Deine Nierengesundheit in Gefahr sein. Mach Dich bereit für eine augenöffnende Enthüllung in unserem heutigen Video. Entdecke die unglaublichen natürlichen Lebensmittel, die das Potenzial haben, Deine Nieren zu schützen und zu unterstützen. Das scheint zu schön, um wahr zu sein. Stimmt, warte nur, bis Du die faszinierenden Erkenntnisse der Wissenschaft entdeckst. Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, warum es zahllose Menschen gibt, die stillschweigend an Nierenproblemen leiden, oft ohne sich dessen bewusst zu sein? Was wäre, wenn ich Dir sagen würde, dass Du diese Probleme vermeiden kannst, wenn Du bestimmte Lebensmittel in Deine Ernährung aufnimmst? Entdecke die unglaubliche Kraft dieser Superfoods und wie sie Dein Leben verändern können, indem sie proaktiv Schäden verhindern. Stell Dir vor, Du bist am Ende dieses Videos mit dem nötigen Wissen ausgestattet, um Deine Nieren und damit Dein gesamtes Wohlbefinden zu schützen. Bist Du bereit, diese verborgenen Schätze zu entdecken und Dein Leben zu verändern? Komm zu uns und entdecke, wie Du noch heute mit der Pflege Deiner Nieren beginnen kannst. Wir bieten Dir praktische, wissenschaftlich fundierte Ratschläge, die Dich auf Deinem Weg unterstützen. Lass Dir das nicht entgehen. Die Gesundheit Deiner Nieren ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren Deines Körpers. Wenn es zu einem Nierenversagen kommt, kann sich die Situation schnell zuspitzen und zu schwerwiegenden Folgen führen. Zum Glück gibt es aber auch positive Nachrichten. Je nach Stadium der Nierenerkrankung ist es möglich, das Fortschreiten der Schädigung aufzuhalten und sogar die Nierenfunktion zu verbessern. Im Anfangsstadium sind die Auswirkungen auf die Nieren minimal und können oft durch einfache Anpassungen des Lebensstils und der Ernährung behoben werden. Mit der richtigen Behandlung kann eine mittelschwere Nierenerkrankung im dritten Stadium stabilisiert und eine weitere Verschlechterung verhindert werden. Welche natürlichen Lebensmittel sind gut für die Nierengesundheit? Rote Früchte Rote Früchte wie Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren sind reich an Antioxidantien, insbesondere Anthocyanen. Diese Stoffe haben die Fähigkeit, Entzündungen und oxidativen Stress in den Nieren zu verringern und schützen so vor möglichen Schäden. Außerdem haben diese Früchte einen niedrigen Kaliumgehalt, was sie zu einer guten Wahl für Menschen mit Nierenproblemen macht. Eine kaliumarme Ernährung kann helfen, die Nieren zu entlasten. Rote Früchte enthalten Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen und helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, was für die Erhaltung der Nierengesundheit entscheidend ist. Knoblauch Knoblauch besitzt aufgrund des hohen Gehalts an Schwefelverbindungen wie Alicin bemerkenswerte entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften. Die Senkung des Blutdrucks und des Cholesterinspiegels ist wichtig für die Erhaltung der Nierengesundheit. Bluthochdruck kann die Blutgefäße in den Nieren schädigen, während die Bildung von Plax in den Nierenarterien durch einen hohen Cholesterinspiegel verursacht werden kann. Wenn du Knoblauch zu deiner Ernährung hinzufügst, kann das deine Nieren schützen und ihre allgemeine Funktion verbessern. Zwiebel Wusstest du, dass Zwiebeln reich an Flavonoiden wie Quercetin sind? Diese Verbindungen haben einige erstaunliche Vorteile, darunter antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften. Diese Stoffe bekämpfen Entzündungen und oxidativen Stress, die sich negativ auf die Nierenfunktion auswirken können. Der niedrige Kaliumgehalt der Zwiebel macht sie außerdem zu einer guten Wahl für Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen. Zwiebelfasern helfen nicht nur bei Ei der Verdauung, sondern tragen auch dazu bei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, was der Nierengesundheit zugute kommt. Einführung von nativem Olivenöl Extra Natives Olivenöl Extra ist eine fantastische Wahl für alle, die gesunde Fette und Antioxidantien in ihre Ernährung einbauen wollen. Diese Nährstoffe haben die Fähigkeit, Entzündungen zu verringern und das Nierengewebe vor oxidativen Schäden zu schützen. Außerdem kann die Aufnahme von Olivenöl in deine Ernährung zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels und Blutdrucks beitragen, die für die Nierengesundheit entscheidend sind. Indem du natives Olivenöl extra in deine Mahlzeiten einbaust, kannst du die Nierenfunktion verbessern und dein allgemeines Wohlbefinden steigern. Grünes Blattgemüse, Spinat, Mangold und Rucola enthalten viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe und sind damit eine nahrhafte Ergänzung deiner Ernährung. Vitamin A hat die Fähigkeit, Entzündungen zu reduzieren und das Nierengewebe zu schützen, während Vitamin C als starkes Antioxidans die schädlichen Auswirkungen freier Radikale bekämpft. Die Energieproduktion und die Gesundheit des Blutes hängen beide von Magnesium und Eisen ab, wenn du diese Gemüsesorten zu deinen täglichen Mahlzeiten. Hinzufügst, kannst du die Nierengesundheit unterstützen und dein Immunsystem stärken. Leckerer Fisch Lachs, Sardinen und Thunfisch sind reich an Omega-3, Fettsäuren, die für ihre entzündungshemmenden und schützenden Eigenschaften bekannt sind. Diese Fettsäuren sind entscheidend für die Nierengesundheit, da sie Entzündungen wirksam reduzieren und die Durchblutung verbessern. Omega-3 Fettsäuren tragen zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdrucks- und Cholesterinspiegels BI, die eine entscheidende Rolle BI der Prävention von Nierenerkrankungen spielen. Wenn du ein paar Mal pro Woche fetten Fisch in deinen Speiseplan aufnimmst, ist das eine schmackhafte und nützliche Möglichkeit, die Nierengesundheit zu unterstützen. Äpfel 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 Enthalten lösliche Ballaststoffe wie Pektin, die helfen können, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und den Cholesterinspiegel zu senken. Das ist wichtig für die Nierengesundheit, denn ein erhöhter Zucker- und Cholesterinspiegel kann die Nieren schädigen. Außerdem sind Äpfel reich an Antioxidantien wie Quercetin, die eine wichtige Rolle beim Schutz der Nieren vor oxidativen Schäden spielen. Der regelmäßige Verzehr von Äpfeln kann dazu beitragen, die Nierenfunktion auf einfache und effiziente Weise gesund zu erhalten. Karotten Karotten sind eine fantastische Quelle für Beta-Carotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Vitamin A besitzt antioxidative Eigenschaften, die helfen, die Nieren vor oxidativen Schäden zu schützen. Karotten enthalten viele Ballaststoffe, die zu einem gesunden Verdauungssystem beitragen, das eine wichtige Rolle BI der Erhaltung der Nierengesundheit spielt. Wenn du Karotten in deinen Speiseplan aufnimmst, kann sich das positiv auf deine Nierengesundheit und deine Immunfunktion auswirken. Sie sind eine nahrhafte und nützliche Wahl für deine täglichen Mahlzeiten. Kürbis Kürbis enthält viel Beta-Carotin, das in Vitamin A umgewandelt wird. Dieses wichtige Antioxidans wirkt Wunder beim Schutz der Nieren vor schädlichen oxidativen Schäden. Außerdem enthält Kürbis viele Ballaststoffe, die die Verdauung fördern und den Blutzuckerspiegel stabil halten. Vitamin A ist wichtig für die Aufrechterhaltung eines starken Immunsystems, das eine wichtige Rolle beim Schutz vor Infektionen spielt, die die Nieren angreifen können. Wenn du regelmäßig Kürbis in deine Ernährung aufnimmst, kann sich das positiv auf deine Nierengesundheit und dein allgemeines Wohlbefinden auswirken. Grüner Tee Grüner Tee enthält Katechine, die als Antioxidantien dazu beitragen können, Entzündungen und oxidativen Stress in den Nieren zu verringern. Der regelmäßige Konsum von grünem Tee kann sich positiv auf die Nierenfunktion auswirken und vor möglichen Langzeitschäden der Nieren schützen. Außerdem hat grüner Tee nachweislich positive Auswirkungen auf den Blutdruck und den Cholesterinspiegel, die für die Erhaltung der Nierengesundheit wichtig sind. Andere Getränke durch grünen Tee zu ersetzen, kann eine einfache und effektive Methode sein, die Nierengesundheit zu unterstützen. Weintrauben Weintrauben enthalten Resveratrol, ein starkes Antioxidans, das die Nieren vor oxidativem Stress und Entzündungen schützen kann. Weintrauben enthalten viel Wasser und Ballaststoffe, die wichtig sind, um hydriert zu bleiben und die Verdauung in Gang zu halten. Diese Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Nierengesundheit. Die Aufnahme von Weintrauben in Deine Ernährung, ob frisch oder als Saft, kann eine schmackhafte Möglichkeit sein, die Nierengesundheit zu unterstützen. Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, dass unsere alltäglichen Gewohnheiten unsere Nieren unwissentlich schädigen könnten? Es ist wichtig, auf diese häufigen Fehler zu achten, die wir oft unbewusst machen, wenn Du einen Verdacht auf Nierenprobleme hast oder diese in Deiner Familie vorkommen. Stell Dir ein Szenario vor, in dem die scheinbar harmlosen Gewohnheiten, die Du tagtäglich pflegst, tatsächlich die Gesundheit Deiner Nieren beeinträchtigen und Dein Wohlbefinden gefährden könnten. In der Tat ist es wichtig, diese Fehler sofort zu beheben, um das Potenzial für eine Erholung der Nieren zu maximieren. Fällt es Dir schwer, hydriert zu bleiben? Es ist wichtig zu wissen, dass eine unzureichende Wasseraufnahme erhebliche Auswirkungen auf Deine Nierengesundheit haben kann. Unsere Nieren müssen nämlich ausreichend mit Wasser versorgt werden, damit sie Giftstoffe aus unserem Körper ausscheiden können. Wenn wir nicht ausreichend hydrieren, können sich Giftstoffe ansammeln und die Nieren belasten. Stell Dir Deine Nieren wie einen Schwamm vor, der Wasser braucht, um Schmutz und Verunreinigungen effektiv zu entfernen. Um die Gesundheit Deiner Nieren zu erhalten, ist es wichtig, dass Du täglich mehr Wasser trinkst. Stelle sicher, dass Du immer eine kleine Flasche in der Nähe hast und mache die Flüssigkeitszufuhr zu einem regelmäßigen Bestandteil Deiner Routine. Deine Nieren werden es Dir danken. Übermäßiger Salzkonsum Es ist wichtig zu wissen, dass der Salzstreuer auf Deinem Tisch einen erheblichen Einfluss auf Deine Nierengesundheit haben kann. Ein zu hoher Salzkonsum kann zu einem erhöhten Blutdruck führen, der Deine Nieren stark belastet. Übermäßiger Natriumkonsum kann Deine Nieren belasten und möglicherweise dauerhafte Schäden verursachen. Es ist wichtig, dass Du auf Deinen Salzkonsum achtest und Dich über den Natriumgehalt in verarbeiteten Lebensmitteln informierst. Mit natürlichen Gewürzen wie Kräutern und Gewürzmischungen kannst Du Deine Mahlzeiten schmackhaft machen, ohne Deine Nieren zu belasten. Rauchen Die meisten Menschen sind sich der negativen Auswirkungen des Rauchens auf Lunge und Herz bewusst, aber es ist erwähnenswert, dass es auch schädliche Auswirkungen auf die Nieren hat. Rauchen behindert die Durchblutung der Nieren, was sich negativ auf ihre Funktion auswirken kann. Außerdem erhöht das Rauchen die Wahrscheinlichkeit, eine chronische Nierenerkrankung zu entwickeln. Durch das Rauchen von Zigaretten gelangen zusätzliche Giftstoffe in Deinen Körper, die Deine Nieren dann herausfiltern müssen. Stell Dir vor, dass Deine Nieren unermüdlich daran arbeiten, den durch den Rauch verursachten Schmutz herauszufiltern. Um Deine allgemeine Gesundheit zu verbessern und Deine Nieren zu schützen, lohnt es sich, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch wenn es entmutigend erscheinen mag, ist es von großem Nutzen, sich um Deine Nieren und Deine allgemeine Gesundheit zu kümmern. Es gibt zahlreiche Hilfsmittel und Unterstützungssysteme, die Dir dabei helfen, dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.